Naja, ich musste jetzt wieder ein bisschen umstellen, umorganisieren. Naja, lassen wir das. Ist nur langweilig für euch. Gut, nächster Trailer heute am 2.7.2023. Und ja, die Predigt vom Jakob höre ich mir nachher an. Also ich habe sie noch nicht gehört, aber ich denke sie ist dann auch wieder bärenstark. Und dann kann ich nur sagen, teilweise war es dann auch wieder ein bisschen ernst. Und teilweise war es auch wieder komplett satirisch. Also könnt ihr dann schauen bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.